Das ist hier so eine kleine Grüninsel und da findet man das. Ich glaube das ist so ein Rückzugsort, weißt du, wenn die Leute, wenn die einfach mal chillen wollen, dann können die hier an den Strand, weißt du, das ist so Malle, weißt du. Ah, ach so, ach so, wo sind die Prostituieren, die dich nachts in die Gasse ziehen und ausräumen? Tony? Gute Frage. Hallo und willkommen zu einem weiteren Wow. Wir gucken uns hier heute die Welt Atlantid an. Bei mir ist noch der Alex. Hi Alex. Willkommen in der Antike. Ja, hallo. Was ist das hier? Das ist eine alte Stadt von Atlantis, ne? Genau, das soll Atlantis darstellen. Jetzt mal ganz kurz etwas zu dem Wort. Die Map heißt Atlantid, ist ein Projekt von planetminecraft.com. Ihr findet alle Links in der Videobeschreibung, ihr könnt das Ganze herunterladen, euch selbst anschauen. Und so weiter und so fort. Ihr seht, was es hier für Gebäude gibt. Die sind alle betretbar und ausgestattet. Und das macht das Ganze hier natürlich zu einem Wow. Die Map heißt Atlantid. Das kommt aus dem Französischen und steht für das Urvolk. Das ist ein fiktives Volk, was damals hier Atlantis besiedelt hat, zu Zeiten von Platon noch in der Antike. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit Atlantis zu tun, bevor das versunken ist im Meer. Ja, und ja, wir gucken uns das heute mal an. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungenes Projekt und ist auch verdammt groß. Also ich habe jetzt hier wirklich alles in meiner Macht stehende getan, um hier das komplett zu rendern. Und ihr seht, dass das hier gerade so aufs Bild passt, ja. Also es ist schon relativ groß. Und wir gucken uns das heute an. Wir haben ja auch hier noch eine Statue, die will ich vielleicht zuerst mal zeigen. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Gladiator-Kämpfer oder sowas. Aber guck mal, Alex. Bei mir ist ein Meerjungmann. Da ist ein Meerjungmann. Also ich sehe, dass hier gerade, da steht was. La Map de l'antac... Was? Ich kann es ja lesen. Latlantide. Okay, Latlantide. Warte mal, ich komme mal zu dir. Dann gucken wir uns das gemeinsam an. A été réalisé par l'équipe de... Ah, hör auf. Au, Ohrenbluten. En français. En français. Contenance, Contenance, Leute. Ah, da bist du. Okay. Sicher haben die meisten von euch so ein bisschen Französisch gehabt. Das sind anscheinend alle, die hier mitgebaut haben, die man hier sehen kann. Ja, das stimmt. Das scheint so eine Hall of Fame zu sein. Also so einfach eine Halle der Würdigung. Das ist so ein bisschen creditless. Ja, das ist die Mannschaft, die das gebaut hat. Hammer nice. Cool. Du sagst, gut kombiniert, Watson. Muss schon sagen. Aber schon so ein bisschen... Ich muss schon sagen, das ist schon so ein bisschen wie der Franzosen-Style. Dass er es hier nur auf Französisch und nicht auf Englisch oder so schreibt, das haben so irgendwie die Franzosen, weiß nicht. Das ist so intus bei denen. Das ist der Nationalstolz, weißt du? Die sagen sich ja, wenn es nicht versteht, hat Pech gehabt. Also ohne Witz, Leute, wir hatten das schon mal, Französisch-Austausch. Wir waren bei denen gewesen in Frankreich. Wir haben halt Englisch gesprochen und haben versucht ein bisschen Französisch zu... Genau. Wir haben auch versucht ein bisschen Französisch zu reden, aber halt meistens Englisch. Und das ging. Aber als die bei uns waren, die wollten nur Französisch reden. Die hatten gar kein Interesse, Englisch zu reden oder Deutsch. Ich weiß nicht, ob das... Irgendwie, ich habe auch schon gehört, das wäre mehrmals so gewesen. Also das ist keine Seltenheit. Ich bin mal gespannt, wie das bei euch ist. Also schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr auch schon einen hattet und habt dieselbe Erfahrung gemacht. Ansonsten ist da noch was anderes, Toni, wenn du mal im Game Mode 3 rausfliegst... Ja, ich bin draußen. Ja, da ist noch eine andere unterirdische Halle, wo ich jetzt gerade bin. Die ist ganz grün. Oh Gott, das ist eine Smaragd-Halle. Oh. Wow. Geil. Cool. Das ist eine riesige Bibliothek. Alter Schwede. Leute, das ist einfach nur Inspiration für eine Bibliothek. Weißt du, das ist echt geil gemacht. Ich weiß, das erinnert mich irgendwie an Harry Potter, wo die da diese Kugel da aus dem Regal holen und dann stürzt alles ein. Oh ja. Oh ja. Ich habe jetzt hier ein Bild für die Götter. Da kann man ganz gut sehen, wie krass ausgestattet das ist. Da kann man jetzt so all die Details sehen. Wir gehen da jetzt mal so ein bisschen ins Detail drauf ein. Wir haben jetzt hier in der Mitte so eine kleine Insel und die ist umgeben von so einem Kreis. Da drüben ist noch eine Insel und da hinten ist die Statue, die wir vorhin gesehen haben, dieser Meerjung-Typ da. Ja, wir haben hier so einen kleinen Dorfplatz. Alex, wenn du willst, kannst du zu mir kommen und da gucken wir uns da mal um. Jetzt habe ich mal kurz den Shader-Mod reingemacht und jetzt seht ihr auch, wie die Welt hier im Shader-Mod aussieht. Das ist doch schon einiges schöner, finde ich. Also ich glaube, jeder von euch kennt dieses Evolutionsbild, wo man den Affen sieht, der immer mehr zum Menschen wird. In Wirklichkeit war es so, dass der Mensch so in der Evolution ein Stück weit zurückgelaufen ist wieder, nämlich in der Zeit des Mittelalters. Hat dann nämlich schon gegenüber der Antike einen Rückschritt gemacht. Also Knochensuppe gegessen und so Kram. Das war schon ein bisschen seltsam. Ja. Aber auch die Römer mit ihrem Abflusssystem. Und wir sind hier in der Antike. Ja, also muss man sich auch vor Augen führen. Und ihr seht, es ist alles ausgestattet. Und hier jetzt auch wieder ein französisches Schild. Das muss ich schon sagen, ist es ein Kritikpunkt. Guck dir die Synchronleuchte an. Ohne Spaß, Leute. Das ist einfach so, weißt du, pure Inspiration. Ja, geil. Also wie er das gemacht hat mit diesen, mit diesen, einfach ja, also so eine Glasspane unten dran gemacht. Also da auf die Idee muss man erst mal kommen. Habe ich jetzt so das erste Mal gesehen in dem Stil. Guck mal, da ist ein Schiff. Komm, lass uns wegfahren hier schnell aus der Stadt, bevor es hier ungemütlich wird. Wir haben hier sogar eine schöne Leiter und einen Kran. Die haben an alles gedacht früher. Wer hat das geplant? Das ist wirklich so. Vor allem, das ist hier auch so ein bisschen ausgestattet zumindest. Cool, geh mal da mal rein. Wir haben jetzt hier eine Brücke und die ist auch extrem nice gebaut. Hier mit den schönen Rundungen. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und wir haben sogar eine Redstone-Beleuchtung drin. Wie geil ist das denn? So. Ernsthaft? Ja, das ist ein Redstone. Aber das hat er, das hat er, ja gut, man sieht das hier. Die haben keine, ist das? Ach so, das ist die Seelaterne, alles klar. Also habe mich noch nicht an das Sextra-Pack gewöhnt. Da ist das alles so ein bisschen anders. Und ja, hier geht's rein. Also wenn ich jetzt mal so überlegen müsste, was kann man mit dieser Map machen? Da fällt mir so ein, einfach Roleplay, weißt du? Also so, ich stelle mir eine typische Map vor in einem MMO-Spiel, wo man hier einfach rumtouren kann und kann dann zu einem Händler gehen oder Sonstiges. Also es ist schon ziemlich krass, auch mit dem Markt, wo wir vorhin waren, so einfach als Marktplatz. Genau, also wenn ihr jetzt welche Games of Minecraft machen wollt oder sowas, dann habt ihr hier die Stadt, die Hauptstadt, die ihr benutzen könnt. Die Stadt Königsmund nimmt man hier einfach Atlantid. Ja, vor allem die haben hier auch einen Trainingsplatz, ne? Ja, ja, und die haben auch ein Stadion da hinten. Also die lassen es samstags 15.30 Uhr, geht's da richtig los. Von der FC Atlantidüde. Keine Ahnung. Alter, die haben sogar, was ist das denn? Ist das so ein Schießplatz? Ey, die haben Leute aufgehangen. Ja, das ist ein Schießplatz. Die haben einen Schießplatz hier. Ey, die haben bei mir Leute aufgehangen hier. Da hängen so Figuren am Galgen. Das soll so vielleicht so ein bisschen Schrecklich verbreiten. Also gut, er hat das halt gemacht mit Amor-Stands, aber es ist schon klar, was gemeint ist, ne? Überall, egal wo man hingeht, das ist einfach ausgestattet. Und zwar gut, wenn man jetzt hier mal reingeht, so spontan, guck dir mal an, wie der die Küchenzeile gemacht hat. Boah, nice. Ja, das tut's mir schon an. Und jetzt auch. Wir sind jetzt hier in einem Raum und ihr seht, wie detailliert das ausgestattet ist. Jetzt hier mit dem Amor-Stand, hier mit dem Kopf, mit der Pflanze hier und den Betten. Das ist einfach toll. So, jetzt gehen wir mal woanders hin. Komplett woanders hin. Noch was, port dich mal zu mir, weil was mir jetzt hier positiv aufgefallen ist, ist dieser Säulen-Baustil. Guckt euch mal die Säulen an. Wenn ihr irgendwie ein Tor bauen wollt, das tut's mir voll an. Also so einfach das mit so Säulen zu bauen, wie hier. Ich mach das sogar in Screenshot jetzt davon. So, weil das einfach nur mega geil aussieht. Und wenn ich irgendwann mal so ein Tor bauen will mit so Säulen, dann mach ich das auf jeden Fall so wie hier. Weil das sieht einfach nur hammergeil aus. Ist wirklich so. Generell ist es so reichstagmäßig gebaut. Weißt du auch mit dem Dach, ne? So, jetzt mal gucken, wo wir sind. Sind wir hier in der Mitte? Nee. Also ihr seht, die Map ist verdammt groß. Wir haben jetzt da, wo du bist, das sind kleine Wohnhäuser. Da gehen wir jetzt mal rein. Gucken uns da mal um. Genau da, wo du drauf bist. Genau. Genau da. Hier? Ja, spontan. Genau, da gehen wir jetzt mal irgendwo rein hier. Ja. Oh, da steht sogar die Tür noch auf. Yeah. Waren wir da schon drin? Nee. Nee. Wow. Guck mal, cool. Also man kommt rein und man hat auf jeden Fall Lust, sich sofort das Beef hier vom Schild abzumachen, vom Bild und das einfach zu kochen. So, wir haben jetzt da drüben noch eine Insel. Ähm, da gehen wir jetzt auch mal hin und gucken uns an, was denn da auf uns wartet. Da haben wir nämlich so einen kleinen Palast. Weißt du, was das sein soll? Ähm, was ist das denn? Boah, sieht, sieht auf, also der, der Epigkeitsfaktor ist über jeden Zweifel erhaben hier. Wow. Warte mich auch mal zu dir. Guck mal, guck dir jetzt mal. Siehst du? Hä? Wo war die denn? Also wo ist die denn? Ist die weit weg von der Stadt? Das ist hier so eine kleine Grüninsel. Und da findet man das. Ich glaube, das ist so ein Rückzugsort, weißt du? Wenn die Leute, wenn die einfach mal chillen wollen, dann können die hier an den Strand, weißt du? Das ist so Malle, weißt du? Ah, ach so, ach so. Wo sind die Prostituieren, die dich nachts in die Gasse ziehen und ausrauben? Tony? Gute Frage. Hier kann man auch einfach chillen. Das geht wunderbar. Also das ist wirklich so die Urlaubszentrale von dieser Stadt. Jetzt guckt euch mal dieses Szenenbild an. Da will man doch sofort in real life hin und einfach mal hier Urlaub machen, Marshmallows und sich ins Feuer stellen. Und einfach chillen. Einfach cool hier. Echt eine geile, geile Gegend. Ja, das ist eine coole Gegend, ne? Die ist auf jeden Fall Feuerbau, ne? Guck mal, jetzt hat er auch hier überall Blümchen hingemacht, damit das nochmal schön toll aussieht. Ja. Die ist einfach nur Hammer nice. Ich sehe auch gerade da oben sind so Ritterfiguren. Genau, ich habe die jetzt auch gerade gesehen. So, ich zoome mal an, dass man die auch mal sieht hier. Wow. Man sieht da einfach immer wieder was Neues und das ist einfach nur mega krass. Das ist, Moment, das sieht so aus wie, der hat oben einen Helm auf, wie so die Römer, weißt du? Interessant. Also vielleicht so ein Gladiator oder so. Ja, das ist eine geile Map. Ihr findet da unglaublich viel, was ihr euch irgendwie inspirieren lassen könnt für eure eigenen Gebäude. Auch wie die Treppe, wie man Treppen macht, wie man Tempel macht, wie man Details baut, wie man Statuen baut. Da gibt es irgendwie, keine Ahnung, ein ganzes Dutzend von Statuen. Also es gibt da so ein Pferd mit Flügeln, sehe ich da hinten. Da vorne einen Ritter, der vorne das Schwert in den Boden gesteckt hat. Diese Gladiatoren. Es gibt da richtig viel, so von klein bis ganz groß. Und geht einfach auf die Map, guckt euch das an. Wenn, was euch gefällt, baut das nach oder zieht euch das einfach über Schematics. Und dann habt ihr das für eure eigene Map. Und ich denke, das hilft euch auf jeden Fall total. Wir werden uns da auch mal umgucken, ob wir was finden für zukünftige Projekte. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Hoffen, ihr hattet auch euren Spaß hier. Und wenn ihr Bock habt, schaltet am Samstag wieder ein. Da gibt es ein weiteres Tutorial. Macht's gut. Haut rein. Haut rein.